Und dann nehmen wir den hier weg, den hier weg, da kommt der hin, dann machen wir nochmal den Ofen. Na komm! So. Genau, was müsste hier? Eigentlich noch ein Zaun hin. Können wir das so machen? Wir haben hier so eine kleine Küche. Okidoki. Aber jetzt haben wir natürlich hier, beziehungsweise so eine kleine Bar ist das mehr. Hm. Bilder. Wir brauchen Bilder. Wie waren denn noch Bilder? Hm. Ähm. Ach, voller haben wir. Brauchen für Bilder brauchen wir Stickies. Machen wir mal aus dem Holz. Ein paar Stickies. So. So. Und dann Holz nimmt sie. Genau. So. So kann ich. Hm. Ähm. Nö. 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 Nicht doof. Hm. 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 Ja. Und hier könnte man dann ein großes hinpacken. Gibt es eigentlich zwei, die nach oben gehen? Ach du meine Güte. Nein. Können die auch zwei kleine hier hinpacken? Wo ist denn? Eins. Zwei. Drei. Wir hatten sechs Bilder. Ja. Hier muss noch irgendwo eins sein. Give me die Bilders. Jetzt war mal dasselbe. Ist ja auch drauf. Oh. Och. Ich hasse das mit den Bildern. Dass die das nicht mal ändern können. Das hab ich aber auch schon. Wo ist denn jetzt? Ähm. Wo? Bild? Ähm. Äh. Ja. Nein. 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 Das ist okay. So. Dann haben wir da schon mal ein paar Bilder. Ja. Ah. Da sieht das schon ein bisschen wohnlicher hier aus. Können wir vielleicht sogar hier mal ein Bett irgendwo hier. Nehmen wir mal hier die Fackel weg. Jawoll. Überhaupt nicht gruselig. Was? Ach. Kann doch nicht gruselig genug sein. Sagte der, der sich erschrocken hat, weil die Tür aufgegangen ist. Pfff. Äh. Darfst auch keiner erzählen. Okay. Das ist ja soweit so gut. Aber irgendwie. Das ist ein Bild. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ne. Passt doch. Alles gut. Okay. Hey. Genau. Da kann man hier nämlich immer reingucken. So. Pff. Ja. Hier in der Mitte ist halt jetzt ne Menge Platz. Aber hier könnte man denn gegebenenfalls... Ja, weiß ich nicht. Irgendwas hinbauen. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was man da noch hinklatschen könnte... Schreibt es doch mal in die Kommentare. Nein. Ganz ernsthaft. Wenn ihr eine Idee habt, was man da hinbauen kann... ...lasst es mich wissen. Und ich werde dann... ...das einfach mal da hinbauen. Da. Ja. So mit Koppeln können wir uns zuschmeißen. Zumindest momentan noch. Momentan sage ich, weil... Wer weiß, was wir in Zukunft noch vorhaben. Mit den... ...Koppeliten. Ja, jetzt können wir hier noch ein paar... ...sachen hinpacken. Aber jetzt ist das natürlich mit der Decke noch ein bisschen kacke, ne? Da müssen wir halt... ...mal überlegen... ...wie wir das am besten... ...schön machen. Was für eine Decke dahin kommt. Auch da könnt ihr ja ruhig mal in die Kommentare schreiben... ...was sich da lohnen würde. Man könnte hier so ein... ...ne, das sieht scheiße aus. Hm. Weil das hier eigentlich eins zu hoch ist. Man, hier kommt man so ran... ...das könnte man hier oben alles eins zu machen. Und zwar... ...könnte man das eins zu machen mit... ...wie würde denn der aussehen? Hm. Wer haben wir denn zur Auswahl? Clean Stones? Was ist denn hier mit den... ...Bricks? Den hier hinpackt? Das könnte aussehen, wenn man die da... ...einfach mal... ...reinschmeißt. Ja. Die brennt mal. Hier können wir das alles rausnehmen. Können wir den hier schon mal einsortieren. Lalalala. So. Ah, wir haben nicht genug Eisen. Was meinst du jetzt? Natürlich haben wir nicht genug Eisen. Man kann nie genug Eisen haben. Ja, das hier... ...weiß ich noch nicht. Ja, und hier bin ich auch noch überlegen, was wir hier mitmachen können. Aber das gefällt mir schon. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen zu offen wirkt... ...aber das kann man ja auch noch gegebenenfalls einen... ...weiter wieder zumachen. ... ...dass man es denn... ...ein Brit dazu macht. Oh, hier irgendwas Böses. Ein Schaf. Ein Huhn. Huhn? Ein Huhn. Ja, hier werden wir auch demnächst mal weitermachen. Gucken wir das da vernünftig verkleiden. Mit den ganzen Schafen. Aber erstmal sind wir hier vorne bei. Da muss ja auch noch der Bauernhof unten fertig gemacht werden, beziehungsweise die Stille. So, die ersten Bricks. Ich hatte vergessen, dass... ...das gar nicht so viel ist. Ja, dann packen wir da noch mehr rein. Einfach mal alles brennen lassen. Rein damit. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Dann brauchen wir hier halt nur noch reinschmeißen. Und alles ist gut. Ding, 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 ding. So. Wie gesagt, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter mit dem Bauernhof. Beziehungsweise mit den Stellen. Und die Bäume müssen hier wieder weg. Also die stören hier jetzt ein bisschen. Wenn man hier runterguckt, wäre ich ja natürlich auch... Da hast du hier bei euch gesehen. Und hier, ja... Ich möchte das irgendwie noch anders bauen. Ich bin überlegen, ob wir das Haus hier wieder wegnehmen. Und den innen einen Raum, also dass wir eine Seite so bauen, dass sie aber dann hier außen ran bauen. Und hier unten haben wir dann noch so einen extra Schlafplatz. Falls wir mal schnell schlafen müssen. Keine Ahnung. Letztendlich braucht man das auch nicht. Das Haus sollte ja sowieso nur erstmal als Ersatz hierfür gelten. Mal gucken, wie wir das machen. Das können wir ja eigentlich wegreißen und dann machen wir das hier so. 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 Keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Dass ich mir Gedanken drüber machen würde, was ich hier baue. Ich mache das einfach. Machen wir doch keinen Plan, wa? Pläne. 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 Dann machen wir Minecraft nicht. Oh. Dann machen wir nur noch einen Stein. Oh, noch vier Stück. Sehr gut. Dann kann der Rest hier... Uh. Na komm. In Ruhe zu Ende brennen. So. Achso, dann müssen wir das ja hier auch noch machen. Hier so. Oder machen wir das? Wie machen wir das? Ja, dann muss das hier weg. Dann kommen da noch drei Stück hin. Dazu die ersten zwei. Lalalala. So. Ja. Komm nu, Eckhart. Mach it. Lalalala. Ja. Also wenn man das jetzt von der ersten Folge bis heute hier sich einmal anschaut, hat sich doch schon eine Menge getan. Ob positiv oder negativ, ah Gott. Das liegt ja halt im Auge des Betrachters. So. No. Haben wir hier nur einen. Der... Der kann... Da rein. Dann werden wir auch dem nächsten Mal anfangen, so ein bisschen Richtung... ...NPC-Dorf zu bauen. Das wollen wir ja dann da bauen. Weil auf der Seite kommen ja dann die... Ähm... Die... ...zukünftigen Gäste hin. Ich hoffe, wenn wir sowas haben. Lalalala. Aber dann müsste man dann halt mal schauen. Wer und wieso und ob man sich versteht. Weil ich möchte jetzt nicht einfach irgendwelche... ...Leute einladen, nur um... ...Leute eingeladen zu haben. Und ein bisschen verstehen möchte ich mich natürlich mit denen auch... ...sprich würde ich mich auch vorher mit denen unterhalten und... ...gucken ob man so ein bisschen auf einer Wellenlänge liegt. Hupdi. Damit das denn auch... ...theit zusammenbauen... ...schapaz macht. So. Mache ich jetzt erstmal so, mit Kobbel. Irgendwann wird das hier nochmal schön gemacht Wenn ich denn weiß, was ich hier bauen möchte Platz haben wir ja genug Gut, dann würde ich sagen Bringen wir den Krampel mal weg, den wir hier noch in der Tasche haben Und dann haben wir auch Für diese Aufnahme erstmal Genug getan Wie gesagt, wenn ihr Irgendwelche Ideen habt, Feedback Wie man was besser bauen könnte, wie man was anders bauen könnte Was man auch bauen könnte Schreibt es einfach in die Kommentare Wenn euch das Video gefallen hat Oder ein Von den Anderen Videos Lasst mir doch einfach mal ein Like da Kommentiert Oder Teilt die Videos Wenn ihr meint Hier, der Drehwerk Der macht gute Videos Da müssen mehr Leute sehen Okay Ich wünsche euch noch Viel Spaß auf meinem Kanal Ansonsten Schönes Wochenende Schöne Woche Schön Urlaub Was auch immer ihr gerade Macht Habt Holt Bis dennne Ciao Bis dennne Bis es heißt Wieder Minecraft Survival Mit dem Drehwerk Tschüss